Nübel und Neuer zusammen beim FC Bayern, das funktioniert nicht. Das ist eine Ansage von Alex Nübels Berater Stefan Bax in der Münchner Abendzeitung. Nach neuer Saison aus ist immer noch nicht klar, wer ihn denn ersetzen wird. Die Bayern favorisieren den nach Monaco ausgeliehenen Nübel, das bestätigt auch Berater Bax. Zitat, ja die Bayern wollen Alexander zurückholen und haben mich darüber informiert. Kontakt besteht auch schon zwischen Monaco und dem Rekordmeister. Der Berater stellt aber auch klar, für eine Rückkehr braucht Nübel maximale Rückendeckung. Das heißt, er müsste spielen. In dieser Saison dürfte das kein Problem sein, aber wenn Neuer von seiner Verletzung zurückkehrt, es ist wie Stefan Bax gesagt hat, Nübel und Neuer zusammen beim FC Bayern, das funktioniert nicht.